Die soll ihre Haare füllen? Ja, färb mal deine Haare, was ist los? Hinten allein, Mann! Dann weißt du, wer ich bin. Ja, siehst du. Willkommen zu einem neuen Video. Heute wird es Zeit für ein Tinder-Video, Leute. In Frankfurt. Checkt die Gigos mal ab, Bro. Okay, jetzt die Frau. Bei den Gigos erstmal an, Bruder. Gezeigt? Okay, jetzt was sagst du? Wenn auch Outfit eingeben? Leute, meine Schuhe. Leute, das sind einfach Teller. Ich schwöre. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Und geh mir gleich auf seine Augenbrauen. Leute, ich hab hier sogar ein Ding dabei. Du kannst dein Augenbrauen zupfen, Leute. Zupfen kannst du sie. Zupf mal für ihn einmal. Zeig mal, wie du... Komm mal, komm mal. Zeig mal einmal. Okay, mach hier... Mach hier eins drauf. Geil, Alter. Ach du Scheiße. Easy, Bro. Easy, 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 easy. Zeig, Bro. Dennis. Was für Landsmann? Ich bin halb Kurde, halb Türke, aber... Also, insgesamt habe ich keine Nationalität. Ich bin kein Nationalist oder sowas. Okay, okay, okay. Ist es okay, wenn wir das Video veröffentlicht? Ja. Für dich auch? Ja, natürlich. Okay, was würdest du sagen, so eins bis zehn? Das ist eine... Das ist eine Null. Eine Null? Ja. Das geht gar nicht. Ich hätte gerne Schrocken tragen. Okay, jetzt bist du dran, Bro. Bist du auch Outfit eingeben? Outfit ist halt schön so, aber nicht meine Richtung. Bin mir zu, oder nicht? Ja, gut kombiniert und so, aber nicht meine Richtung. Nicht deine Richtung. Ja. Okay, auf was für die Frau stehst du? Sei ehrlich. Ja, also so Satanisten. Satanisten? Ja, Satanisten. Okay. Oder also, so halt schwarz angezogen. Ah, okay. Also, Hauptsache Satanisten oder halt noch mehr. Weißt du, was ich meine? Also, es gibt... So, das muss halt schon sowas nicht normal sein. Darf nicht normal sein? Unnormal? Ja, so. Wie würdest du dich aber trotzdem bewerten, eins bis zehn? Aussehen vom Gesicht her ist auf jeden Fall so zehn. Zehn? Ja. Mit Outfit zusammen? Mit Outfit würde ich sagen, so sieben. Okay, date oder not, würdest du mal daten? Also, ich weiß jetzt ehrlich gesagt jetzt so direkt nicht, ob ich sie daten würde. Okay. Ist jetzt ein bisschen so oberflächlich, aber so daten würde ich jetzt persönlich nicht, weil ich weiß, was rauskommt. Was kommt raus? Gar nichts. Bist du sein datend? Zeitverschwendung. Ja. Was sagst du? Also, er würde natürlich, aber er weiß selber, dass ich sage, dass er nichts würde. Ich würde schon, aber ob ich das mache, ist die andere Frage, ne? Ja, aber du würdest. Nur weil du weißt, dass ich nein sage, würdest du nicht, sehr ehrlich. Wenn du jetzt nein sagst, das würde mich überhaupt gar nicht interessieren. Also, was hier zählt ist jetzt so. Meine Meinung, deine Meinung interessiert mich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel. Also, du bist halt ein bisschen normal. Weißt du, was ich meine? Du bist halt normal. Bisschen normal? Also, wo stehst du auf Emos und so? Ungefähr so die Richtung. Also, schwarze Augen, schwarze Lippen und so. Wie ist das? Ja, so ungefähr. Ich bring dir meine Freundin hin. Deine Freundin? Ja, meine Freundin hin. Warum bringst du viel? Leute, da. Vika. Vika, Leute. Würdest du sie nicht? Sei ehrlich. Hier. Also, guck mal, die ist halt hübsch und so, aber schon mal gesagt, die ist halt zu süß. Okay. Würdest du ihnen denken sein? Nicht. Mir gefällt dein Style. Ich mag dein Vibe, weil du bist so gefährlich, ne? Ja, das mag ich. Du bist so gefährlich. Ja. Geh zurück, Mann. Was sagst du? Date or not? Nein, Leute. Leider nicht heute. Aber ja, kauf dir neue Schuhe auf jeden Fall. Ja, mach das schon. Okay. Mann, wir fangen bei dir an, Bruder. Aber andersrum. Sie fängt an, okay? Wie heißt du? Lia. Lia. Ist es okay, wenn wir das Video veröffentlichen? Ja. Ja. Okay. Ein bisschen eingehen, Outfit hinzu? Ausziehen? Ein bisschen was dazu sagen? Ich mein Typ. Ist nicht dein Typ? Ja. Wie findest du sein Outfit? Sein Outfit ist so okay. Kann man machen, muss man aber nicht. Da ist reicher Mann mit Prada und so. Aber trotzdem. Stehst du auf reicher Männer? Ja. Ja, ne? Aber das passt trotzdem. Bist du reich, Bruder? Komm mal vor. Was? Was? Das passt nicht so zusammen. Bist du reich? Passt nicht zusammen? Nein, nein, ich bin nicht reich. Ah, bist du nicht reich? Okay. Was würdest du sagen, trotzdem eins bis zehn? Oh, so ne vier. Woher ne vier, Allah, Mann? Oh, Allah. Okay, jetzt bist du dran, Bruder. Erstmal ein bisschen Outfit eingehen. Ja, so Outfit ist schon okay. So halt außer so Jacke über Jacke so. Weiß ich nicht. Ist jetzt nicht so der beste Drip so. Aber ich mein Typ so. Auf was für die Frau stehst du? Ich? Weil ich stehe auf blonde Frauen. Blonde? Ja, Mann. Aber hier ist keine blonde China. Die soll ihre Haare färben. Ja, färg mal deine Haare, Allah. Was ist los, Allah, Mann? Dann ist vielleicht okay. Aber ich weiß, nein, ich weiß nicht. Vielleicht. Ich hab gesagt vielleicht. Vielleicht. Erst muss ich überlegen, ob ich drauf eingehen würde. Okay. Aber ich weiß nicht. 1 bis 10, sei ehrlich. 1 bis 10? Ja, 3, Allah, Mann. Was läuft? Ja, normal. Mann, weil ich dir einen 4 gegeben hab. Sonst du hättest mir... Was sie sagt, was sie sagt. Oha, wohin, Allah? Was verpiss dich, Digga? Wie redest du mit mir? Wohin, Allah? Was, wohin, Allah? Ich rede ganz normal. Ja, wohin, Allah? Wohin, Allah? Wohin, Allah? Wohin, Allah? Wohin, Allah, Mann? Wohin, Allah, Mann? Wohin, Allah, Mann? Genau, Allah. Okay. Date oder nicht? Nein. Wieso? Nicht mein Typ, hab ich ja gesagt. Ja, okay, stimmt. Auf was du Typ Männer stößt? Auf Karnacken, Babalocken. Babalocken, seite noch, ne? Ja. Okay. Was sagst du, Bruder? Date oder not? Keine Chance, keine Chance. Wieso, gibst du doch eine Chance? Nein, Bruder, nur nach 15 steht auf nur nach 15, aber ich bin schon nach 15, das geht nicht. Geht nicht. Nein, Bruder, das geht nicht, Bruder, gar keine Chance. Es gibt doch eine Chance, Kaffee trinken. Bruder, wohin damit, Bruder, Allah? Das ist gar keine... Wohin, Allah? Nein, Bruder, definitiv nicht. Es gibt nichts zu sagen, Bruder, einfach nur wohin. Ja, dir gibt es auch nichts mehr zu sagen. Wohin, Allah? Wohin, Allah? Sag doch mal. Wohin, Allah? Wohin, Allah? Wohin, Allah? Wohin, Allah? Ich weiß nicht, die anderen sind stabil, ich muss sie nicht extra machen. Weißt du, bei dir fängt die irgendwie leicht an und dann werden die erst stark und dann die hören auf einmal auf. Okay. Mach mal bei ihm auf. Mach mal bei ihm auf. Mach mal bei ihm auf. Mach mal bei dir auch bei dir auf. Mach mal. Mach mal bei dir auch bei dir auf. Mach mal. Mach mal. Mach mal. Der sieht aus, als ob der seit 5 Tagen auf *** ist, Digga. Komm mal. Was haben die gesagt? 5 Tage auf ***. Auf ***. Auf ***. Ja, ich kann mir gucken. Ich kann mir gucken. Ich kann mir gucken. Ihr nicht, Digga. Ihr könnt euch nur Speed leisten. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wie fett du bist, Allah, man. Du brauchst gar nichts zu sagen, Alter, man. Du fängst jetzt schon wieder an mit diesem Body-Dings da, ne? Fack mich nicht ab, Junge. Du kannst nicht mal aus. Soll ich dich gleich wieder anspucken? Du kannst nicht mal aus. Soll ich dich gleich wieder anspucken? Boah, was passiert denn? Boah, was passiert denn? Boah, was passiert denn? Die kann nicht mal aussprechen, diese Body-Shaming erstens. Boah, was sagt der? Ja, der schießt gegen meinen Körper, Junge. Ja, normal, Digga. Schau doch ihren Körper an, oder was soll ich sagen? Was ist damit? Besser als auf dem Sinkaku. Ist ja okay, ich bin schon stabil. Ja, okay, wir machen weiter. Einfach so einfach. Wir machen weiter. Komm mal, nächste Phase. Bist du dran, Bruder? Bist du bereit? Ja, ja, ich bin bereit. Sicher? Du mal. Okay, Bruder. Okay, wie heißt du, Bruder? Ich bin Evgeny Ewa. Was für Landsmann? Ich bin Ukro. Ist es okay, wenn wir das Video veröffentlichen? Ja. Okay, Bruder. So ein bisschen was dazu sagen. Was soll ich dir erzählen? Ja, als du sagst. Bist du ein Outfit eingehen? Was soll das denn angeht? Outfit eingehen. Ja, zu viel fleckig überall, Bruder. Wieso? Ja, Bruder, was ist das? Wo die neue Hose? Musst du fleckig, oder was? Bruder, siehst du was wie Sponsor, oder was? Ja, wieso nicht, Bruder? Aber bis der Outfit aussieht? Das ist nur für mich und meinen Luxus-Style, Bruder. Okay. Für mein Leben. Boah, was? Wie ein Pinguin stehst du da. Aber keiner. Merkst du auch dazu. Was hast du gesagt? Wie ein Pinguin. Wie ein Pinguin. Normal bin keiner, aber keiner. Mona, Braté. 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 Braté, hör mal zu. Braté. Dein Papier hat die Jäger. Boah. Was sagt die? Du kannst meine Jäger auf die Jäger. Deine Jäger? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ja, okay, aber wie würdest du sie bewerten? Eins bis zwei Prozent. Bruder, nicht mal 0,1 Prozent. Aber jetzt bist du dran. Was? Warum? Warum, Bruder? Okay. Warum? Zähle eine Sache. Okay. Ich gehör zu. Viele Zeiten alleine, aber egal. Die sagen Knacki. Aber dazu stehe ich wenigstens real. Und viele meine Jungs sind alle drin. Aber egal, Bruder. Man fällt dir. Aber man kommt wieder hoch. Gegensatz zu anderen. Verschiehst du, Bruder? Okay. Nur Frage der Zeit. Frage der Zeit. Wenn man perfekter Stramamann ist, Bruder, für Busy, dann läuft alles. Was? Was? Du hast so viel Scheiße. Ja? Ich schlaf schon ein wenigstens sogar. Oh, geht doch. Schiff sein? Ja. Möchtest du ein Bett kaufen oder was zum Einschlafen? Du laberst so Sachen, die gar keinen Sinn machen. Sag dir, Bruder. Ja, gell? Was denn die Rege ist? Ja, gell. Hä? Ich will nicht hier von mir zu viel präsentieren. Aber wenn du mich mal richtig im Milieu trinken würdest, dann weißt du, wer ich bin. Ja, ja. Sieh, siehst du. Ha? Finger gut gehen. Boah. Ja, ja. Alleine diese Finger. Ewa. Ich kann noch viel mehr. Geh mal zur Seite. Ewa so. Nee. Okay. Bist du dran? Sag mal ein bisschen was. Also. Über die Jacke haben wir schon geredet. Über die Jacke? Aber ich habe jetzt erfahren, der ist Ukrainer. Und das hat dicke Pluspunkte gemacht. Hat er Pluspunkte bekommen? Ja, auf jeden Fall. Weil du bist was? Ich bin Polin, aber ich kann auch ein bisschen diese Sprache. Und ich bin halb Polen, halb Russland. Und ja. Generell slawische Länder und so. Ich mag es einfach. Ostblock, man. Ja, wenn man so aus Ostblock. Ja, ja, genau so was. Was sagst du? Bist du ein Outfit aussieht? Ähm. Eigentlich. Es ist... Ja, so chillig. Aber diese Jacke muss sie nicht sein. Na, muss auch nicht sein. Weil ich habe Fisch vom Laster geholt. Einfach. Wisst ihr warum? Es kalt ist, Ewa. Ja. Okay. Man holt einfach so Bruder. For free. Was ist los? Natürlich. Immer gut. Beleche, Ewa. Beleche ist immer gut. Ja. Okay. Ja. Wie willst du ihn bewerten? Eins bis zehn? Ja. Eins bis zehn? Ja. Bist du eine sieben? Sieben von zehn? Schau. Date oder not? Willst du ein Date? Ja. Wallah? Ja. Ich gehe sogar auf Knie, wenn er will. Du gehst sogar auf Knie, sagt ich? Okay, Respekt Bruder. Ich bin auf viele andere Filme. Nein, nein. Aber kein Problem. Tut mir leid, ActTube, mein Bruder. Aber scheiße nicht, ActTube. Aber... Ja, was soll ich sagen? Boah. Wie du sch*** gegen ActTube? Ja, guck mal, ActTube. Du bist eigentlich ein Scheiße, ehrlich. Komplimente auch gerne, die auch mal vielleicht ein bisschen gegen sind. Okay. Aber kein Problem. Ich weiß was. Da stimmt irgendwas nicht bei dir, ne? Da oben stimmt was bei dir nicht. Okay. Ich bin nicht ein bisschen loko. Aber das stimmt was. Hast du das genommen oder so? Ich weiß auch nicht. Ich habe IQ von 120. Im Gegensatz zu dir. Wenn du ein bisschen Abitur machst, habe ich in Habs mit meinen Jungs Ausbildung gemacht, René. Was redest du, Alter? Okay. Hast du keine Ahnung, Alter? Ja, geh mal zur Seite. Hast du keine Ahnung, ne? Okay, okay, okay. Rauf mit mir abzufacken. Das ist krass, ne? Ich bin nicht krass. Ich bin einfach von Natur so. Doch, doch. Ich bin authentisch, Alter. Ah, doch, die Leute. Okay, Bruder. Alles gut. Date oder not? Willst du dich daten oder nicht? Sei ehrlich. Welche? Sie, sie. Erstmal sie. Sie? Ja. Tibera. Was heißt das? Dich auch. Ja. Okay, umarmt euch einmal. Gebt euch einen Kuss. Cool. Das war's schon, Mann. Wollt ihr noch was sagen? Willst du noch was sagen? Ich hab's gefeiert. Ich fand's cool, Leute. Ehrlich, auch im Gegensatz zu euch Mädels. Willst du noch was sagen? Jemand grüßen dich? Ja, ja, ich überlege gerade. Okay. Du musst dann schneiden, ja? Ja, alles. Das ist nicht im Video alles. Ich grüße Agnieszka aus Kelkheim. Okay, willst du noch was sagen? Ich grüße Vika aus Frankfurt und Jessie. Jawohl, willst du noch was sagen? Ich grüße Lia aus Mannheim und Vika aus Frankfurt. Okay, komm rein, komm rein, Bruder. Pushen die Mädels. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Liked das Video, kommentiert, abonniert mich. Bis zum nächsten Mal. Ewa, alle. Frag du Streik von Dallee! Ewa! Anna, Anna, Anna. Satt O! Anna, 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 Anna. Satt O! Anna, 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 Anna. Satt O!